hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video auf rohkorti wir spielen heute overwatch lucio ballen und mit dabei sind die üblichen beiden loops ja bei den bauerrangers gleich mal gehalten hier team blau ja wir haben ja jetzt mit folgen hier die ulti gelernt ich glaube auch der kommt gar nicht mal so schlecht olympischen spieler sind ja vorbei aber lucio ballen und lange nicht lucio ball gewonnen hast die nächste runde richtig dabei die paralympics so was das war gerade eine knappe angelegen das wäre echt knapp paralympics gtf der haute raus der mann ihn jetzt aber vorsichtig gar kein ding wird rausgeboxt das war eine richtung neuer knapp ja 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 gut ihr müsst mal ein tor schießen vorne jungs dabei geht immer immer nur hin und her jetzt momentan nicht da drin wie wir sind die bauerrangers baller nach vorne baller hier ist immer viel drinnen bei uns diese spiel der kohle her ne we martin ein tor vorne schießen dann gibt es heilung das wird ein tor gemacht ah scheiße weil der kommt nach vorne bleibt ihr vorne stehen ok jetzt oder kommt zwar gar nicht mal so schlecht dreck drüber gesprungen nein was macht ihr denn w tf war das war lecker der kai ist das jetzt will ich mal was sehen hier jawohl kai ok ich hab 98 prozent spiel satz und sieg nee ok dann gehst du gleich ins tor nicht ich bin immer nach vorne dann drückst du ulti ok ja ich hab auch noch ulti aber ein bisschen versuchen dass wir da nicht in denen wie wir das gegnerst komme gemein du spielst ne wer spielt nach vorne ich renne ins gegnerische tor rein ach so das war jetzt der plan was was machst du kai hallo was war das man ja was war das alter das wird aber sehen ihr müsst jetzt ist das euer ernst dann bleibe ich jetzt ein tor hinten stehen jetzt kommen wir hier vor nicht gar nicht erst an ich renne nicht ins tor von denen ok ok ja auch ulti ready hä ey das war aber ein bug also wirklich der ball ist durch mein gesicht geflogen hier nochmal replay guckt's euch an hä also im video sah das ja ganz anders aus also wirklich ohne witz guckt's euch an oh danke madin der ist echt ah shit ja der ist noch oh ich hab eine parade er ist noch heiß mitten auf dem feld ok der preis ist heiß boom oh das wäre gar nichts gebracht ok ja das war es jetzt das war es jetzt außer madin kann ich noch klären guck mal hier gehalten easy du willst den mal rein boxen na ne die tröte war nicht ready wer ist eigentlich im tor bei uns ja du eigentlich ne nein naja ich war nach vorne wir müssen noch ein bisschen was riskieren jetzt sonst haben wir eigentlich verloren dann rennt du mal nach vorne du rennst nach vorne ja und wer ist im tor ich du sonst wir wollten riskieren da brauchen wir noch kein Tor na das ist der gg wo ist denn der ball ach hier hier wird's gleich lauf Aaron wenn du ja ja der kommt hoch da kam ich nicht ganz ran oh 10 sekunden auf geht's ok ich renne auch mit drauf ok ja gute idee boah ich renne auch mit drauf ja guck mal ich krieg auch gar nichts zu schüssen davon guck mal dann baller den einfach so weiter Mann ey was hast du eigentlich geschossen bekommen in dieser runde ja ich habe einen assist gehalten und bin abgefangen mit alles ach so was ach man der wäre doch reingegangen ist doch scheiße ganz ehrlich aber wer bekommt das highlight ach so wow ja das war kein highlight das war bullshit das war das dritte Tor ne wo Mann ihn die beste Idee hatte überhaupt ich renne mal raus wow wow das Ding geht aber auf deine Kappe ne könnt ihr erst noch für mich voten hier 4 Schüsse gehalten genau euren ach als ob als ob so bisschen EP haben wir noch bekommen zwei Goldmedaillen hat sich doch gelohnt Bronze, Silber und Gold genau dann heißt es danke fürs zuschauen bewertet das Video und dann sehen wir uns beim nächsten Part haut rein ciao